Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind damit am Ende unseres Programms angelangt. Ich hoffe, Sie haben unsere Bemühungen bemerkt. Wir konnten, jeder, Sie haben Deutsch gesungen, wir versuchten, kinesisch zu singen. Aber die meisten... Also, ich stelle jetzt die alles entscheidende Frage an Sie. Ist unser Experiment gelungen? Ja! Also, ich kann nur eines sagen, uns hat es wirklich großen Spaß gemacht, viel Freude gemacht. Und wenn Sie auch mit diesem Gefühl nach Hause gehen, dann ist unsere Mission einfach erfüllt. Ich darf Sie noch im Namen des Döblinger Singkreises einladen. Wir geben am 19. Juni ein Konzert im Amtshaus in der Gatterburggasse, im 19. Bezirken. Wir haben dort, wenn man es sieht, vielleicht haben wir dort Einladungen aufgelegt. Wenn die Herrschaften weggehen, dann kann man die Einladungen mitnehmen, die dort liegen. Am Ende des Tages, dort am Tisch liegen Einladungen. Wenn Sie Interesse haben, bitte nehmen Sie sie mit. Bitte besuchen Sie uns. Wir würden uns freuen. Applaus Vor mir zu Ravisch singen. Ja, da darf ich einer Person danken. Er hat für uns alle diese Hefte, die beiden Texte, sowohl von Deutsch auf Chinesisch, als auch Chinesisch in Deutsch. Deshalb nur die ganze Nahrung übersetzt. Da darf ich danken. Also, großartig. Und es ist nicht nur eine fröhliche Versammlung von beiden Hörern, auch es ist auch eine schöne Versammlung vom Publikum. Deswegen als Zugabe singen wir wieder diese fröhliche Versammlung. Das ist auch eine sehr gute Versammlung. Das ist ein sehr gute Versammlung von fünf Jahren. Genau. Ähm. Ich darf Ihnen die Grenzen und Lübiger von Freem. Sinkreisergarten. Jan Blutler. Applaus 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 Aufmerksamkeit.